Und ja, dann gehen wir zurück zum Wetter an jeweils. So, jetzt sind wir im Wetter an jeweils. Und wir schauen mal nach. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot. Und in der letzten Folge habe ich auszusehen am Anfang Pokémon Zweig gesagt, obwohl das Pokémon Feuerrot ist. In der letzten Folge, da haben wir schon mal zwei neue Teammitglieder gefangen. Und zwar ein Raupi namens Masio Gomes und ein Pikachu namens Dennis Tennis. Und da war doch ein Dennis dazu, aber... Ähm, ja. Der Name war zu lang. Und... Ich bin dann ja meinem Pokémon nach meinen Abonnenten. Ähm, auf jeden Fall sind wir letztes Mal in Bernd Harnierwart stehen geblieben. Ich bin jetzt ja beim Poké Center, weil... Möchte euch mal was zeigen. Jetzt habe ich offscreen... Erstmal meine Pokémon trainiert. Das habe ich jetzt gerade schon gesehen. In dieser Folge möchte ich auch unser Raupi weiterentwickeln. Und ja, ich habe noch meinen anderen Pokémon sehr stark trainiert. Läuft super. Und die Boxen habe ich so angepasst. Also so angeordnet. Ich zeige es euch mal. Gehen wir zu allerersten Box. So. Und zwar habe ich diese Boxen halt so umgenannt und geordnet, dass... dass es... vom bestimmten Typ gut angepasst ist. Also wenn ihr zum Beispiel... Wenn ich jetzt mal spielen, Wassertyp ablegen möchte... Dann bringe ich dann diese Box. Wo es halt gut für Wassertypen aussieht. Und da habe ich schon mal ein paar Pokémon abgelegt. Und manche dieser Typen sind auch so abgekürzt, weil... Man kann halt die Namen nicht länger machen. Ja. Deshalb habe ich auch... Natürlich... Vor so ein paar Wochen auch bei meinen Pokémon Smart Let's Play gemacht. Also ist nicht das erste Mal, ja. Habe ich auch so bei meinen Pokémon Smart Let's Play gemacht. Aber gut. Mich hat dazu geordnet, weil ich wie sie ja alle fange und... halt dadurch das ganze Spiel durchspielen. Und ja, dann gehen wir zurück zum Methan jeweils. Aber zuerst... Ähm... Möchte auch noch was zeigen, was... Mir gerade so aufgefallen ist, aus was ich jetzt gerade vergessen habe zu nehmen. Und zwar habe ich vergessen hier hinzugehen. Um mir dieses Item zu nehmen. Habe ich ja wirklich vergessen. Einen Trank. Ja. Mh... Dann gehen wir zum Bertan jeweils. Und... Sehen wir jetzt mal um. Und kämpfen wir einmal mal gegen Trainer. Mh... So, jetzt sind wir im Bertan jeweils. Und wir schauen mal nach. Sehen wir jetzt kein Item. Ja. Wir können aber auch unser Raufi trainieren. Ich würde dann mal sagen, ich trainiere es. Aber jetzt, wenn jetzt ein... Surfcon oder Kokon auftauchen, dann kannst du keinen Charme bekommen und... Viele... Erfahrungspunkte bekommen. Ich glaube, das wäre besser. Oder... Ach komm, wir kämpfen auch mal so. Ich will es noch keine Pussy-Safe. Wir sind Männer. Kommt schon, Raufi. Ich meine, Masiogum ist... Boah, Volltreffer. Das nenne ich mal ein starkes Raufi. Noch ein Treffer. Boah, noch mal ein Volltreffer. So wie der Volltreffer. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt schon mal gegen Trainer kämpfen. Oh, ein Item. Und ein wildes Pokémon und es ist ein Raufi. Ich blöde jetzt einfach mal, ich will jetzt keine Zeit verschwinden. Ja, und unser Glomander ist in diesem Wald im Vorteil, weil das sind die beiden Käfer-Pokémon. Und der Glomander ein Feuer-Typ ist. Er hört stark gegen Käfer. Oh, da ist ein Käfer-Sammler. Hä? Du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Okay. Eine Herausforderung von Käfer-Sammler-Baldur. Oh, Hornio wird von Käfer-Sammler-Baldur in den Kampf geschickt. Los, Masi-O-Gummes. Ähm. Ich glaube, ich schicke jetzt einfach mal Glomander-Einkampf. Oh, der Giftschachel. Der ist giftig. Okay. Unser Glomander wurde noch nicht vergiftet. Aber, falls vergiftet wird, dann ist es nicht so schlimm. Ich habe eh noch sechs Stück Gegengift aus dem Supermarkt. Und, ja. Ich glaube, so können wir es auch trainieren. Einfach wechseln, weil jetzt gerade ist Raupi schwach. Wenn wir es aber so trainieren und es sich weiterentwickelt, um stärker zu werden, dann wird es besser. So, und Raupi kann uns nicht vergiften, weil es hat keinen Giftstachel. Das kann nur Töckel und Fahnschuss, das soll es. Und, yeah. Spiele besiegt. Käfer-Sammler-Baldur. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Ja, blick da daran, weil ich gerade im Vorteil war. Ja. Ja. Hey. ein pokémon trainer stehlt sich nicht so einfach davon eine herausforderung von kipa sammler oisebius okay es wirst du auszusprechen dieser name und hondo wird von kipa sammler die oisebius in den kampf geschickt ein schwerer name wechselt es einfach mal auch städtisch stachel uhr aber nicht vergiftet boah stackels glummern oja level 7 es wird sich entwickeln ok es ist komponio können wir jetzt einfach mal weiter und es ist effektiv paddocks erreicht level 10 super und das nächste ist kann in kokona die weitere entwicklung von hohen und es ist effektiv und kokona wurde besiegt ja spieler besiegt kipa sammler okay ich kann diesen namen echt nicht aussprechen oh ich habe kein kampfiges pokémon mehr kipa sammler hey matthew gomas entwickelt sich oh ja die erste entwicklung in diesem let's play glückwunsch der max jo kompice wurde zu savcon sa fcon max jo kompice erlernt härten Das ist super Und wir haben hier noch ein Gegengift Ist auch gut, weil hier sind viele Hornlius Die unsere Pokémon vergiften können Aber super, wir haben jetzt Unser Raub hier entwickelt Zu einem Savcon Und es wird sich auch gleich nochmal Entwickeln, also es entwickelt sich sehr schnell Ja, ist halt auch Herdner gelernt Und ja Ich glaube, wir sehen uns mal den Pokédex-Eindruck Von Savcon an Ähm, da ist es schon Schon Pokémon Nummer 11 Pokémon Nummer 11 Savcon Das Kokon-Pokémon Größe 0,7 Meter Gewicht 9,9 Kilogramm In seiner harten Schale Ist ein weicher Körper Ja, einem brutalen Angriff Hat es nichts Entgegenzusetzen Ja Deshalb hat es Savcon so Härten erlernt, weil es braucht mehr Verteidigung Und diesen weichen Körper In dieser Schale Die seine nächste Entwicklung sein wird Ähm, zu schützen Ich bin zwar klein, aber ich will nicht Dass du mich deswegen gewinnen lässt Keine Sorge, ich lasse dich nicht gewinnen Weil ich weiß ganz genau, dass ich gewinnen werde Eine Herausforderung von Kiva Sammler E-Mail Hoppy wird von Kiva Sammler E-Mail In den Kampf geschickt Los, Masio Gomez Hm, Hoppy setzt Fancho sein Los, der noch Hoppy ist der Bissim und hat sich weiterentwickelt Hä, da hat wohl jemand den B-Knopf während der Entwicklung gedrückt Weil wenn man während dem Entwickeln eines Pokémons Den B-Knopf drückt, dann stoppt man die Entwicklung Sag ich mal so Ha, Attacke geht daneben Und Tackle Mach nochmal einen Schuss Und geschafft Raupy wurde besiegt Und Masio Gomez erhält 79 Erfahrungspunkte Als nächstes wird Raupy in den Kampf geschickt Ich glaube, wir haben jetzt einfach mal das Pokémon Weil Was hierher kommt, ist schon richtig geschwächt Von dem Tackle Los, Padrux Padrux benutzt Glut Boom Geschafft Sehr fiktiv Und Padrux erreicht Level 11 Spieler besiegt Kiva Samba E-Mail Oh nein Alles ist schief gegangen Du hast so gesagt, ich soll dich nicht gewinnen lassen Ich habe meinen Kredit verspielt Äh, ja Dann gehen wir jetzt aber weiter Oh, das ist ein Raupy Oh, ich habe vergessen Und das darf kommen Mit einem Trank zu heilen Mache ich jetzt mal Da Nein Ah, ich habe das falsche Pokémon gebet Ah, Trankverschwendung So, jetzt aber Ja, aber nicht so schlimm Wir können uns eh jederzeit Tränke kaufen Weil wir bedienen jetzt eh Mehr Poké-Dollar Durch die Trainer hier Jetzt habe ich 832 Ist zwar wenig Aber wir sind ja eh erst am Anfang Und später Wenn wir mit dem Spiel weitermachen Bekommen wir noch mehr Gut Weißt du das Pokémon sich entwickeln? Ja, das weiß ich Ich habe jetzt auch eine Entwicklung gesehen Weil ich habe meinen Raupy Zoom Safcon weiterentwickelt Und er schickt einen Safcon in den Kampf Okay, mach mal Attack Hm, macht wenig Schaden Weil Safcons Beteiligung sehr hoch Ja, dann wechseln wir einfach zu Blumander Dann geht es schneller Und das ist effektiv Yeah Safcon wurde besiegt Massivekombus erhält 54 Erfahrungspunkte Und erreicht Level 8 Paddocks erhält 54 Erfahrungspunkte 6. wird Raupy von Käfersammler Hillmann Eingesetzt Für Daniel das Pokémon wechseln Ja, ich wechsel mal zurück zum Safcon Namens Masiogomis Okay Wir machen jetzt mal Tackle Wir machen mit unserem Tackle mehr Schaden bei Safcons Verteidigung ist hoch und Wir sind ein Level höher Oh yeah Ein spannender Kampf für gewinnt Safcon Oder die Vorunterwicklung Raupy Raupy wurde schneller, aber Safcon kann auch angreifen Uh, Attacke geht daneben Raupy setzt nochmal Tackle ein Und dieses Mal trifft aber Der Safcon Und Raupy wurde besiegt Vor seinem Kampf Und steckt noch ein Safcon Da wechsle ich jetzt aber wieder, weil Sonst dauert dieser Kampf noch lange Okay, die Verteidigung von Safcon steigt Ja Und Loot ist sehr effektiv Safcon wurde besiegt Masiogomis erhält 54 Erfahrungspunkte Paddox erhält 54 Erfahrungspunkte Also alle halten 54 Erfahrungspunkte Oh, ich hab verloren Wir machen jetzt aber weiter Oh, ein E-Term Und wir haben einen Trank gefunden Apropos Trank Wir müssen noch ins Safcon heilen So Ja Und unser Safcon entwickelt sich fast Es braucht noch zwei Level Was wirklich super ist Denn dann sind wir in dieser Folge Haben wir in dieser Folge schon Zwei Entwicklungen Ähm, gesehen Weil es jetzt frisst sich halt so schnell Ja Es ist halt so das schnell entwickelste Pokémon Zuerst wird es ein Kokon Und dann wird es ein Insekt Was auch Sinn macht Weil sowas gibt es auch in Real Life Es gibt auch wirklich so Raupen Die zum Kokon werden Und dann zum Schmetterling Äh, ja Hey, warte Warum die Heile Okay, noch ein Kampf Nach Ausführung von Käversammler Rudolf Honio wird von Käversammler Rudolf In den Kampf geschickt Los Was hier Komm Ist Wechsel nicht mal Quatsch mein Pokémon Und das ist sehr effektiv Honio wurde besiegt Oh yeah Masio Gomez Erreicht Level 9 Noch ein Level Dann kommt die Entwicklung Käversammler besiegt Oh, du bist so gut Ich gebe auf Also unser Masio Gomez Hatte sich schon fast entwickelt Aber wir werden es eh gleich noch Trainieren Damit es sich entwickelt Ähm, ja Und wir sind wieder bei Route 2 Aber jetzt sind wir bei Marmoria City Hier erwartet uns auch Unser nächster Arena Kampf Diesen Arena Kampf Werden wir uns aber In der nächsten Folge erst ansehen So Willkommen im Pokémon Center Wie heilen deine Pokémon Macht sie wieder fit Okay Okay Okay, ich nehme deine Pokémon Für einen Moment In meinen Aufruht Danke, deine Pokémon Sie wieder topfelt Komm, ihr seid wieder vorbei Ich würde sagen, wir entwickeln uns noch zuerst unser Savcon Dann schauen wir uns Marmoria City an Und dann war das eigentlich schon der Part Gut Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Ähm, Savcon Und der Savcon namens Masio Gomez Level 10 erreicht Und sich weiterentwickelt Come on Okay, jetzt sollte es Level 10 erreichen Yes Masio Gomez erreicht Level 10 Oh ja, es ist soweit Hey, Masio Gomez entwickelt sich schon wieder Oh, was wird's diesmal Dum, 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 dum Glückwunsch, der Masio Gomez wurde zu Smetbo Huh Und er lernt Konfusion Und die ganze Entwicklung von Raupi macht auch Sinn Denn wie ich einmal vorgesagt hab So sind auch Raupen in Wirklichkeit Raupen, ähm, können sich jetzt so ein Kokon machen Wenn sie halt viel gegessen haben Und dann werden sie bald vom Kokon zum Schmetterling Indem der weiche Körper in den Kokon jetzt rauskommt Und das gleiche war hier halt so Raupi konnte durch So Erfahrungspunkte sich so ein Kokon machen Also die Erfahrungspunkte waren halt so wie Essen So Nahrung Für Raupi Und Später, durch ein weiterer Level später Wurde es dann so ein wunderschönen Schmetterling Oh, ich seh grad Die IP von Tackle Ist jetzt auf Null Wow, was für ein Zufall Aber wir packen mal Konfusion auf erster Stelle Das ist schon eine starke Attacke Gut Dann machen wir mal Dann, ähm Wenn wir Unser Pokémon schon mal heilen Und wir schauen uns mal Amor ist jetzt hier mal ein bisschen an Also Wir konnten mal die Stadt Und sehen, wie es da aussieht Ähm Wir reden mal so ein paar Leute neben Poké Center Oh, hallo Ja Vom Pumelovs Gesang werden eine Pokémon ganz müde Müde Ich auch Und Pumelov Das bringt mich gleich zum Schlafen Hallo, schön dich zu sehen Du bist unhöflich Du könntest mich auch begrüßen Also erzähl mir ein wenig von dir Sag mir dein Profil Erzähl mir etwas Gutes über dich Wie laut dein Profil Ja Wie laut dein Profil Okay Ich bin Okay Da können wir uns jetzt mal so ein paar Wörter Aussoben Um uns zu beschreiben Mal sehen Was haben wir so Was ist die Mälte Aha Es sind solche Wörter Ich bin perfekt in Pokémon Also ich bin ein guter Spieler in Pokémon Ja, das Ich bin perfekt in Pokémon Dein Profil sagt wirklich etwas über dich aus Da ich dich jetzt besser kenne Sind wir noch enger als zuvor befreundet Ich tausche Pokémon mit dem Kind dort drüben Da ich zwei Pikachus besaß Konnte ich eines tauschen Okay Ich möchte unbedingt ein Pikachu Und tausche mein Pipi dafür Was? Das Team Rocket befindet sich Auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden Verschwinde Hier gibt es Nur wenige ernsthafte Pokémon Trainer Aber Roku der Arena Leiter Von Mamorida City versteht Sein Geschäft Und gegen diesen Arena Leiter Namens Roku Werden wir auch noch In den nächsten Part kämpfen Oh, alter Mann Mit wachsender Erfahrung Dann pokémon eure Attacken Manche Attacken Kann ihnen Jedoch Nur ein Trainer beibringen Pokémon sind einfach zu fangen Wenn sie verletzt Oder schlafen Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie Man kann auch Pokémon Statt schlafen Auch paralysiert machen Oder Andere Stausprobleme benutzen Wie zum Beispiel Gift Hier gefroren Also so Eis Und Oder so brennt Durchfeuer Sowas kann man auch benutzen Aber Schlaf Oder Paralyse wäre das Beste Ähm Ach, sind wir uns mal da rum Dö, dö, dö Psst Weißt du, was ich hier mache? Ja Stimmt, es ist eine alte Arbeit Jetzt erbauen würde ich mal mit Nein Ich versprühe Schutz Um Pokémon vor meinen Garten Fernzuhalten Ah, genau Schutz Kann man auch benutzen Damit Pokémon uns nicht Im hohen Gras nerven Gut Und da ist noch so ein Schild Tipps für Trainer Unabhängig Von der Dauer seines Einsatzes Enthält jedes Pokémon Für die Teilnahme An einem Kampf Erfahrungspunkte E-Punkte In Abkürzung Ja, Erfahrungspunkte Sind wichtig Damit unsere Pokémon Stärker werden Warst du schon im Museum? Nein Wirklich nicht? Ist aber ein Besuch wert Hm, ich glaube ich Schon mir das Museum an Es ist leicht da drüben Man muss zwar Eintritt bezahlen Aber das ist es wert Okay Wie viel Pokedollar Haben wir noch? Tausend 50 Euro Okay, das ist günstig Dafür zahle ich mal Okay, das sind 50 Pokedollar Vielen Dank Dann sehen wir uns hier mal um Das ist ein Fossilien Ein Aerodactyl-Fossil Ein urzeitliches Und seltenes Pokémon Oh ja Und das sieht aus wie ein Dinosaurier Das ist dann so ein Dinosaurier Im Pokémon Dies ist ein außergewöhnliches Fossil Und das ist ein Kaputops-Fossil Ein urzeitliches Und seltenes Pokémon Und dann sehen wir weiter nach Ein kleines Mädchen Ich hätte gerne ein Pikachu So fruchtbar süß Mein Papa soll mir eins fangen Und ich hab schon mal eins Im Battalion wart gefangen Was sehr selten ist Ja, ein Pikachu Ich verstehe Ich fange eins Mein kleiner Tipp Du findest ein Pikachu Im Wettanerwald Oh, und schwäche auch Das Pokémon Bevor du es mit dem Pokémon fängst Ist auch ein guter Tipp So Und da ist ein Space Shuttle Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung Okay, hier sehen wir Das ist übers Weltall Das sind so Meteoriten Oder sind das Fossilien Ne, so Es sind so Steine Okay, auf dem Mondberg gefundenes Meteoriten gestanden Mondstein Interessant Der 20. Juli 1939 Die erste Mondlandung Für die Fernsehübertragung Hatte ich extra Einen Farbverzieher Gekauft Mondstein Was ist daran so einzigartig Mit Mondstein kann man so Pipi und Pummelhof Weiterentwickeln Und genau Auch Nidoran Männlich und weiblich Die kann man auch damit Weiterentwickeln Das sag ich halt nur so Weil das ist wirklich so Gut Dann zählen wir uns mal Um was es hier noch so gibt Da gibt es ja noch dieses Haus Unser Pokémon ist ein Außenseiter Deshalb ist es schwer zu erziehen Ein Außenseiter ist ein Pokémon Das man Ob sich auch aussehen getippt Ich konnte es nicht vergessen Es entwickelt sich rasch Doch im Kampf kann es vorkommen Und das ist Unerfahrenen Trainer Nicht gehorcht Wenn wir doch nur ein paar Ohren hätten Ja dafür sind auch Ohren gut Das Pokémon Hörlevel Auch noch mehr gehorchen Nidoran sitzt Nidoran Nidoran Das Lustige ist auch Dass man im Originalen Spielen Rot, Blau und Gelb Nidoran schon In dieser Route 2 fangen konnten Oder war das Die andere Route da Links neben Batania City Ich glaube das waren beide Routen Da konnte man in den Originalen Spielen Schon Nidoran fangen Aber Ich habe in den Remakes Gibt es das nicht mehr Aber es Gibt ja noch In anderen Orten Wo man es fangen kann Das weiß ich ganz genau Gut gut Ähm Also eigentlich haben wir Die ganze Stadt schon Erkundet Mhm Ja das war schon mal Memorial City Und ich will auch sagen Das war es mit dieser Folge von Let's Play Pokémon Feuerrot Ich hoffe euch hat Dieses Let's Play gefallen Also Dann meine ich jetzt Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn ihr da das lasst Einen Daumen nach oben da Und wir sehen uns Zunächst mal wieder Ciao países Ja das war sie Es ist un Sch Bis zum nächsten Mal.